Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich pflüge die ganze Map um, bis hier kein Stein mehr auf dem anderen steht. Oder besser gesagt, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. So, wir sind noch dabei, die 3.522.225 Steinblöcke hier abzubauen. Also bis die Spitzhacke so richtig glüht, werden wir hier hämmern und zimmern und hast du nicht gesehen. Ja, wir haben jetzt ja schon in der letzten Folge fleißig nach vorne gearbeitet und haben gemacht und getan. Und ich muss mir hier bei mir das Licht ausmachen, ich sehe nämlich nichts mehr. Und deswegen mache ich auch das Licht aus, weil ich nichts mehr sehe. Nein, es war ein bisschen hell am Monitor, da habe ich nichts mehr gesehen jetzt vom Licht. Also sitze ich jetzt hier im Dunkeln vor dem Monitor und spiele Minecraft. Okay, so, wir haben in der letzten Folge schon ganz viel geschafft, was das Abbauen angeht. Und dass hier alles schön wegkommt, damit wir hier dann eine Riesenfläche haben, wo wir dann was bauen können. Äh, ja, wir werden wahrscheinlich nach dieser Folge steinreich sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir vielleicht die eine Kiste oben voll mit Steinen. So, pupi, 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 jetzt haben wir die noch ein, weil wer weiß, wofür wir die noch gebrauchen können. Vielleicht bauen wir uns einen neuen Berg. Da, 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 ich baue mir einen Berg. Da, da, da. Ne, machen wir nicht. Wir bauen jetzt erstmal hier diese verdammten Kacksteine ab. Ich kann sie nämlich langsam nicht mehr sehen. Und wir müssen auch hier noch den Boden dann machen. Oh. Ja, da haben wir uns ganz schön viel vorgenommen. Aber, das kriegen wir hin. Da bin ich mir ganz sicher. Da wir ja jetzt endlich einen Zaubertisch haben. Haben unsere Spitzhacken verzaubert. Haben die auch schon wieder repariert. So, pupi, pupi, du. Jetzt mache ich hier den Mist auch noch weg. Damit wir mal, ja, hier vorne mal eine, eine Fläche kriegen. So. Also, das wird mehr, alter Schwede. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Alter, alter, warte mal. Wir müssen mal hier irgendwie eine Linie ziehen. So, pass mal auf. Jetzt machen wir das mal ganz flink so. So, zack. Jetzt machen wir das hier durch, so. Einmal bis drüben. Aber es wird schon wieder dunkel. Das heißt, wir müssen gleich erst mal wieder schlafen gehen. So, jetzt machen wir hier weiter. Zack, zack. Da, 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 da. So, wir hüpfen mal wieder ein bisschen. Dann gehen wir jetzt gleich erst mal schlafen, wenn wir hier so weit sind. Okay, aber wir kommen hier richtig gut voran, würde ich mal sagen. Meine Fresse, ist das geil. Also, ich finde das immer toll, wenn man dann hinterher sieht, was man alles geschafft hat. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen richtig langweilig ist, wenn man hier nur am Abbauen ist. Aber muss ja auch gemacht werden. So, man kann ja nicht immer nur bauen. Man muss ja auch erst mal Material beschaffen und sich die, ja, die Gegebenheiten so machen, wie man es haben möchte. Und, äh, ja, das dauert halt alles Zeit. Aber das hört ja nochmal zum Minecraft dazu. Und das finde ich auch, ist ja auch gerade das Geile. So, gleich, oh, shit. Nur, es könnte mal ein bisschen länger hell bleiben. Das wäre ganz nett. So. Löcher gemacht. Ne, super. Mach mal zu. So, sind wir das hier noch mit. Und ich glaube, da müssen wir aber auch schlafen gehen. Alter. Und schon wieder ein Loch. So cool. Meine Fresse sind wir schnell. Guckt euch da dann, was wir hier weggeballert haben. Boah, das haut ja mal richtig rein. Wir können uns natürlich jetzt auch überall Fackeln hinstellen und im Dunkeln weiterzimmern, aber da habe ich keine Lust zu. Ich traue dem Brat nämlich nicht, weil wir hier andauernd irgendwelche Creeper haben, die uns in die Luft sprengen wollen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und dann müssen wir die Löcher ja auch wieder stopfen. Ne, ne, komm. Geh, das macht keinen Sinn. So. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus hier. Viele große, weite Flächen. So, hier, das müssen wir auch noch ein bisschen zumachen, weil es ist ziemlich kacke, hierher zu laufen. Da können wir eben noch vielleicht ein bisschen was dran machen, so. So. Ja, sieht auch schon mal nicht schlecht. Ja, wir kommen langsam mal sicher, wird es schon. Wir müssen auf jeden Fall, guck. So, schwupp. Komm, ich mache wieder. So. Komm, hier noch ein bisschen. Ja, wir machen doppelt. Hält besser. Ja, dann auch doppelt. Nee, das lassen wir gut sein. So, jetzt gehen wir schlafen. Jetzt bin ich leid. Das müssen wir auch noch ein Weg hier machen. Damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. So, ziehen wir unsere Schlafkurie und machen eine Runde Bubu. So, fertig geschlafen. So, mit dem Erdblock in der Hand habe ich geschlafen. Ja, das ist alles mit der Spitzhacke. So. Gucken wir mal eben, läuft die irgendwas rum, was wir noch wegkloppen können. Sieht schlecht aus. Keiner da, diesmal. So, jetzt können wir... Okay, wir bauen jetzt an allen Stellen ab. Wir brauchen ja sowieso noch ganz viel Erde. Na, da haben wir schon wieder ein Loch gereicht. Kriegt gleich die Krise. Da machen wir... Alter, was ist denn die Schippe so schnell? Meine Fresse. Jetzt trenne ich nicht mal das Loch. Ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Meine Herr, das ist die schnell. Wow. Das ist eine Turboschippe. So, dann bauen wir hier ein bisschen ab, weil wir brauchen ja drehend Erde, weil so viel haben wir ja nun mal nicht. Dann nehmen wir das hier vorne alles mit. Ja, wieder ein Loch gemacht. Loch ist wieder toll. Ich wusste es doch. Ich mache ein Loch. Tö, 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 tö. So. So. Ja, da können wir hier noch ein bisschen was machen. Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier ein bisschen was. So, dann bauen wir jetzt hier mal ab, damit wir noch ein bisschen Erde haben. Und hier auch besser laufen können. Oh mein, wir haben uns hier verdammt viel vorgenommen, wenn ich mal brauchen. Weil wir nun anbauen, boah, Alter, guck dir das an, was wir hier im Material haben. Also Materialmangel werden wir hier so schnell nicht bekommen. Nur, wir werden wahrscheinlich aus dem Abbau nicht mehr rauskommen, weil zu viel ist. Oh, scheiße. Na, Steine dazwischen, ja geil. Dann bauen wir es wieder Mo rüber. So, haben wir wieder Steine, Steine, Steine. Er hätte auch bei Erde bleiben können. Hätten wir mal besser gebrauchen können. So, tschak, tschak. So, jetzt nehmen wir wieder hier unsere Schippe. Nein, da nicht. Meine Fresse, ist jetzt hier steinig. Also wir sind steinreich. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. So, tschak, 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 bum, 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 bum. So, einmal durch. Wow. Okay, aber wir kommen der Sache näher. Es wird immer besser. Und es zählt ja im Lenteffekt, was am Schluss rauskommt. Ja. Und das ist nicht immer Kacke. Nein. So. Das haben wir auch jetzt gleich. Bum, 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 bum. So. So, vielleicht haben wir es auch geschafft, dass wir in der nächsten Folge wieder mit Fatze Kamm hier aufnehmen können. Ich bin noch dran, aber... Äh, ja. Ich bin da zuversichtlich. Sagen wir es mal so. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Ich bin da zuversichtlich. Also wir haben uns hier echt ein tolles Fleckchen ausgesucht, wo man umbauen kann, bis der Doktor schreit. Ich will nicht mehr. Alter Schwede. Meine Fresser. Das nimmt ja gar kein Ende hier. Boah. Okay, dann könnte man hier eigentlich mal ein bisschen was... Oh, mein Herr. Wenn wir das alles wegmachen. Ja. Okay. Wenn wir anfangen... Oh, ja. Wir müssen gleich mal ein bisschen was... wegbringen. Ich glaube, wir machen mal... erst mal ein bisschen Essen. Wir hauen uns jetzt mal die Moorrüben in die Birne. So. Ja. So. Dann bringen wir mal eben die Steine wieder hier oben in die Kiste. Äh, die ist leer. Ne, hier. Ja, die kriegen wir bestimmt noch vor, Leute. Das sieht doch schon mal richtig gut aus, wahr? Ne, das Ante sieht. Ante sieht lassen wir das. So, das haben wir. So. Und abgeruscht. Boah. Also das ist eine Menge, was wir hier wegbeleihen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kommen wir denn da raus? Alter, was ist das viel? Scheiße. Ich glaube, wir haben uns zu viel vorgenommen. Aber was wir anfangen, da bringen wir auch zu Ende. So. Und ich bringe das hier zu Ende. Da kann kommen, was wir. Gut. Das ist, äh... Aber wir haben schnelles Werkzeug. Muss ich mal feststellen. Also das Verzaubern hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist ja wohl mal sowas von geil. Klatsch, klatsch, klatsch. So. Richtig cool. So. Bombs. Hi. Und weiter. So. Tadadam. Tadadam. Ja, gucken wir gleich. Erstmal, glaube ich, dass wir ein bisschen mal hier ein bisschen was füllen, damit wir die Sachen loswerden. So. Jetzt gucken wir erstmal an den Steinen weg. Meine Fresse, sind hier viele Steine. Nee, ist ja furchtbar. So. Steine weg. Äh, so weg. Oh mein Gott. Okay. Vielleicht nehmen wir das hier vorne jetzt erstmal weg. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Obwohl... Aber doch, das ist einiges. Aber egal, das... Kriegen wir weg. Alter Schwede. Meine Fresse, ist die schnell. Cool. Also gut, dass wir Diamanten so viele noch haben. Sonst hätten wir echt ein Problem. Wenn wir das hier jetzt alles mit der... Eisen-Spielzacke wegmachen müssen, ich glaube, da muss man mal kotzen. Soll ich mal eben hier auf den Boden gucken. Wollte mal schauen, wie schön das ist. Nein. So, jetzt machen wir hier weiter. Wir wollen ja die ganze Erde haben. Ich lache mich tot, dass wir gleich keinen Platz im Inventar haben, weil wir schon so viel abgebaut haben. Aber ist ja egal. Ist vollkommen egal. Wow. Alter Schwede. Aber die... Ich glaube... Ich bin mir sicher, dass die Erde genauso schnell, wie wir sie abbauen, wieder weg ist gleich. Wenn wir dann hier anfangen, alles aufzufüllen. Alter Schwede, ja. Ja, da wird das hier razzi-fazzi gehen. Du kommst auch weg. Du störst mich. Okay, dann können wir da ja... Machen wir das hier zuerst mal. So, ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann brauchen wir jetzt mal hier ein bisschen rein. Okay. Okay. Ganz runter bauen müssen wir nicht, sonst brauchen wir zu viel Erde. Und, äh, nee, wir müssen uns jetzt ja auch nicht übertreiben, ne? So. Ja, das wird cool. So. Ja, das ist aber auch eine Riesenfläche, die wir hier noch... Wow. Alter Schwede. Okay. Riesenfläche. Wir müssen weiter abbauen. Also, da haben wir uns, oh, da habe ich mir viel zu viel vorgenommen. Aber ich denke mir, wenn das hier so weit fertig ist, dass wir es abgebaut haben, dann, ähm, sieht das mal richtig geil aus. Und wir haben eine richtig geile Aussicht. Mal schauen, vielleicht bauen wir uns ja hier vorne irgendwie so einen Aussichtsturm hin. Und, ähm, gucken mal, wie weit wir dann gucken können. Gucken mal, wie wir dann gucken können. Also, da ist bestimmt cool mit so einem Aussichtsturm hier vorne drauf irgendwo hinsetzen. Dann haben wir eine... Aua. Ich bin abgestürzt. Hilfe, ich bin zu klein. Ah, da ist ein Loch, also noch. Oh, ich wusste es doch. Da ist ein Loch. Ähm, das ist bestimmt eine geile Kiste. Ah, Entschuldigung. Da kitzelt es mich im Holz. Ja, so geht das. Aber erst mal wissen wir, dass wir abbauen und dann gucken wir mal weiter rein. Äh, ja, eigentlich wollte ich ja hier noch einen Garten irgendwo anlegen, damit wir mal unsere Klamotten hier anpflanzen können. Äh, müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht so ganz, wie wir das machen oder ob wir das so machen. Ich weiß es doch nicht. Alter, ey. So. So, jetzt haben wir das hier noch weg. Und dann können wir gleich schon wieder schlafen gehen. Okay, dann haben wir jetzt in der Folge. Bis jetzt mussten wir dann zweimal eine Runde Bubu machen, aber das geht. So, jetzt machen wir hier noch die Erde eben weg. Das geht auch. Prima, prima. Ich habe jetzt so ein. Dann hast du Jujo gemacht. Ja. Oh mein Gott. Zack. Neue Zombies. Ne, geil. Äh, ich gehe da mal. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Umblickchen. So, da bin ich wieder. Ah, ich musste mal eben einen Schluck trinken. Weil das Kitzel im Hals, da kann man nicht mehr sprechen. Gehen. erde angesammelt ja richtig toll dann haben wir ordentlich was ich sage ich mache an dieser stelle ist ein klein break bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten auch wieder entscheidet und dann buddeln wir bis der arzt das zweite mal kommt und guck mal wie weit verkommen okay bis dahin tschüssi kowski